Willkommen bei Ahr Bus & Bahn. Unter dieser Dachmarke sind die beiden Dienstleistungsunternehmen Wienental und Surentalbahn sowie Busbetrieb Ahrau für Sie unterwegs. Die Wienental und Surentalbahn WSB verkehrt zwischen Ahrau und Schöftland sowie auf der Strecke Ahrau-Mänziken und bringt jährlich über 5 Millionen Fahrgäste sicher an ihr Ziel. In der Leitstelle in Ahrau laufen alle Fäden zusammen. Der Busbetrieb Ahrau befördert auf insgesamt sieben Linien in modernsten Niederflurbussen jedes Jahr mehr als 8 Millionen Fahrgäste. Vom Bahnhof Ahrau in alle Stadtquartiere und die umliegenden Gemeinden. Mit seinen gut 300 Mitarbeitenden ist Ahr Bus & Bahn ein wichtiger und dynamischer Arbeitgeber in der Region Ahrau. Auf die über 50 Lokführer ist jederzeit Verlass. Das gilt auch für das Fahrpersonal des Busbetriebs Ahrau. In der Busgarage in Ahrau werden die Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt. Der eigene Wartungs- und Reparaturdienst des Rollmaterials ist in Schöftland beheimatet. Mit einer fundierten Lehrlingsausbildung investiert Ahr Bus & Bahn in die Zukunft. Im Work Ahr Center finden sich der elektrische Dienst und der Bahndienst unter einem Dach. Die Unterhaltsarbeiten müssen größtenteils durch den Bahndienst nachts vorgenommen werden, dies aus Sicherheit und betrieblichen Gründen. Sauberkeit ist unseren Fahrgästen ein ganz besonderes Anliegen und bei Ahr Bus & Bahn eine Selbstverständlichkeit. Doch im Zentrum stehen unsere Fahrgäste. Dabei beginnt der Service schon vor der Reise. In den bedienten Verkaufsstellen können nationale und internationale Billete, Abonnemente sowie diverse Artikel des täglichen Bedarfs gekauft werden. Der Busbetrieb Ahrau setzt auf Nachhaltigkeit. Schon seit längerem ist ein Fahrzeug mit umweltfreundlichem, leisen Hybridantrieb im Einsatz. Mittlerweile ist eine ganze Flotte von 13 Fahrzeugen mit Hybridantrieb unterwegs. Die nostalgische Zugkomposition kommt bei Sonderfahrten zum Einsatz und kann für außergewöhnliche Firmen und Vereinsausflüge oder für Familienfeste gemietet werden. Von Ahrau aus die Schweiz und Europa erfahren. Mit dem Comfort-Reisecar von Ahr Bus & Bahn. Der Car eignet sich ideal für Firmenreisen, Vereinsreisen und vieles mehr. Die Fahrbar ist eine ganz besonders attraktive mobile Bar. Voll ausgerüstet mit Musikanlage, Kühlschrank, Heizung und 16 Sitzplätzen bietet sie alles, was es für einen unvergesslichen Abend braucht. In den Nächten Freitag, Samstag und Samstag, Sonntag reisen sie zudem bequem und sicher nach Hause. Dies bis morgens früh um 4 Uhr. Auf Wiedersehen bei Ahr Bus & Bahn. Zwei leistungsstarke Unternehmen des öffentlichen Verkehrs. Step 5 Sonderfahrten Sonderfahrten Emser Sonderfahrten spheres Vielen Dank.